Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat und zwar biblisches Christentum. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2 Vers 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht auswirken, damit niemand sich rühme. Und dieser Vers bedarf eigentlich keines weiteren Kommentars. Dieser Vers ist so einfach zu verstehen. Die Bibel ist einfach. Errettung ist einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. In den Himmel zu kommen ist einfach. Wir müssen das Geschenk des ewigen Lebens, für das Jesus Christus schon bezahlt hat, einfach nur annehmen. Wie machen wir das? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Der Glaube ist das Mittel, wie wir das ewige Leben, das Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Was ist das Geschenk Gottes? Römer Kapitel 6 Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so einfach das auch alles zu verstehen ist, kalvinistische Theologen, weil sie selbst nicht gerettet sind in der Regel, verkomplizieren diese eindeutigen, klaren Bibelferse und lehren dann, dass nicht nur die Errettung, das ewige Leben Gottes Geschenk ist, sondern auch der Glaube sei Gottes Geschenk. Mit anderen Worten, auch das Mittel, wie wir das Geschenk annehmen, ist Gottes Geschenk. Also wie nimmt man das Geschenk an? Äh, gar nicht. Das macht logischerweise keinen Sinn und sie verwenden ausgerechnet Epheser Kapitel 2 Vers 8 bis 9, um diesen Quatsch zu lehren, dass auch der Glaube Gottes Geschenk sei, obwohl die Bibel eindeutig das Geschenk Gottes definiert in Römer Kapitel 6 Vers 23. Und sie sagen dann aber, denn aus Gnade seid ihr reitet durch den Glauben, das nicht aus euch. Siehst du, der Glaube, der kommt nicht aus dir. Ist natürlich dumm, wenn man nicht den ganzen Vers liest. Und ist auch ziemlich dumm, wenn man zu tief in sein Whiskyglas guckt oder was man auch sonst gerne als Kalvinist trinkt oder zu tief in seinen bescheuerten Kommentar guckt von irgendwelchen Theologen, die schon seit hunderten von Jahren tot sind, die selbst nicht gerettet waren oder dann irgendwelche Kommentare von irgendwelchen Kirchenvätern, die selbst nicht gerettet waren und dann den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Denn was ist der Vers, beziehungsweise die zwei Verse, Epheser Kapitel 2 Vers 8 bis 9? Diese Verse stellen einen Parallelismus dar. In einem Parallelismus wird zweimal das gleiche gesagt, anders ausgedrückt. Lass mich dir ein Beispiel geben. Sprüche Kapitel 11 Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Der Baum des Lebens sind die gewonnenen Seelen. Es wird zweimal das gleiche gesagt, aber anders ausgedrückt. Es ist poetisch zum einen. Zum anderen erfahren wir in vielen Parallelismen auch mehr Details. So ist es auch in Epheser Kapitel 2 Vers 8 bis 9. Der erste Teil dieses Parallelismus ist, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Der zweite Teil ist, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Lass mich das aufschlüsseln. Es heißt in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet und dann heißt es, Gottes Gabe ist es. Warum? Weil Gnade unverdient ist und weil eine Gabe unverdient ist. Es sind in diesem Fall Synonyme. Dann geht es weiter. Durch den Glauben, dann heißt es in Vers 9, nicht aus Werken. Das sind jetzt hier zwei Gegenteile. Typisch für Parallelismen, dass zwei Gegenteile gegenübergestellt werden. Ja, es ist unverdient. Dann heißt es, und das nicht aus euch. Und in Vers 9, damit niemand sich rühme. Damit ich nicht sagen kann, ich habe mich selbst gerettet. Dieser Vers ist einfach zu verstehen. Besonders, wenn man diesen Parallelismus aufschlüsselt, ist es einfach zu sehen, was dieser Vers wirklich bedeutet. Nämlich, dass die Errettung aus Gnade seid ihr errettet, Gottes Gabe ist. Dass wir durch den Glauben gerettet werden, somit nicht aus Werken. Und dass die Errettung somit eben nicht aus uns ist, damit wir uns nicht rühmen können. Wir könnten uns nur durch gute Werke rühmen, nicht durch den Glauben. Logischerweise, das würde keinen Sinn machen. Aber vor Gott können wir uns nicht rühmen durch gute Werke. Denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 4 Vers 1, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Durch den Glauben hat man keinen Ruhm. Glaube ist einfach nur Vertrauen. Vertrauen, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er bezahlt hat. Allein auf ihn vertrauen, nicht auf deine guten Werke. Der Glaube wird in Epheser Kapitel 2 Vers 8 bis 9 den Werken gegenübergestellt. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren Calvinistenfreunden, die dann nämlich sagen, ja, aber wenn ich einfach glauben könnte als Mensch, dann könnte ich mich ja rühmen vor Gott. Dann hätte ich ja was getan für meine Errettung. Aber der Witz an der Sache ist, dass diese Verse eben genau diesen Schwachsinn widerlegen, weil der Glaube den Werken gegenübergestellt wird. Der Glaube ist das Gegenteil von Werken. Wir könnten uns durch Werke rühmen, rein theoretisch. Aber der Glaube, zu glauben an Jesus Christus, all unsere Vertrauen auf ihn zu setzen, das ist kein Werk. Das macht die Bibel unmissverständlich klar. Und wenn du anderer Meinung bist, dann nimmst du ganz einfach falsch. Denn wir müssen natürlich mit den biblischen Definitionen gehen. Und die Bibel stellt den Glauben den Werken gegenüber. Wenn wir nicht aus uns gerettet werden, dann bedeutet das also, dass wir nicht aus unseren Werken gerettet werden, dass wir irgendwas Gutes tun. Denn was ist mit Werken hier gemeint? Sind mit Werken hier einfach Taten allgemein gemeint? Nein. Denn was sagt die Bibel in Apostelgeschichte 16 Vers 30? Ja, was haben die Apostel gelehrt, Anselm? Nun, sie haben gelehrt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Das ist die Antwort auf die Frage, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sagen nicht, wie Calvinisten das wahrscheinlich wahrhaben würden, würden sie zwar nicht zugeben, aber das wäre eigentlich die Konsequenz daraus. Sie sagen nicht, du kannst nichts tun. Entweder Gott schenkt dir den Glauben oder nicht und dann fährst du eben zur Hölle. Denn das ist, was Calvinisten sagen, du kannst gar nichts tun. Auch der Glaube ist ein Geschenk. Das ist aber nicht, was die Apostel gelehrt haben. Sie haben gelehrt, auf die Frage hin, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, du musst glauben. Deswegen sagt auch Jesus Christus selbst, dein Glaube hat dich gerettet. Wie werden wir gerettet? Durch unseren Glauben. Oh, dann hätte ich mich ja selbst gerettet. Nein, weil der Glaube kein Verdienst ist. Hast du dir durch den Glauben irgendetwas Gutes verdient? Siehst du, mit den Werken hier sind eben nicht Taten allgemein gemeint, sondern Verdienst. Dass man sich irgendwie etwas verdient vor Gott, was natürlich nicht funktioniert. Könntest du dich wirklich dessen rühmen, dass du einfach auf Jesus Christus vertraust, der alles für dich getan hat? Könntest du dich dessen rühmen? In dem Sinne, ich habe jetzt was Tolles getan? Natürlich nicht. Niemand würde das behaupten. Niemand würde das behaupten. Es macht keinen Sinn, weil es nicht dein Verdienst ist, sondern du sagst ihm gerade durch den Glauben, Christus hat alles für mich getan. Ich vertraue allein auf ihn, was er für mich verdient hat. Damit kannst du dich nicht rühmen. Interessant ist aber, dass die Bibel eben sagt, dass wir uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen sollen. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Also wir sollen uns dessen rühmen, was wir nicht getan haben. Wie du siehst, sind diese Verse leicht zu verstehen. Epheser 2, Vers 8-9 ist ein eindeutiger Parallelismus, in dem Glaube den Werken gegenübergestellt wird. Müssen wir was tun, um gerettet zu werden? Ja, natürlich. Wir müssen glauben. Der Glaube ist das Mittel. Wir werden aus Gnade gerettet durch den Glauben. Was wäre das für ein Quatsch, wenn Gott uns auch das Mittel schenken muss, durch das wir gerettet werden? Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Calvinisten aber behaupten, dass Gott im Grunde genommen manchen Menschen den Glauben nicht schenkt. Nun, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Somit liegt es an jedem Menschen selbst, dass er eben sein Vertrauen, seinen Glauben auf Jesus Christus selbst, der alles getan hat, der alle Werke vollbracht hat. Und was ist das, was wir jetzt tun müssen? Das ist eben kein Werk im Sinne von Verdienst, dass wir irgendwas Gutes tun, irgendwie das Gesetz halten, sondern dass wir einfach unser Vertrauen darauf setzen, was Jesus für uns getan hat. Errettung ist einfach. Diese Verse sind einfach zu verstehen. Aber lass dich eben nicht verführen von diesen Calvinisten, die einfache Verse verdrehen und komische Sachen lernen und riesenlange Artikel darüber schreiben, was das eigentlich bedeutet und alles verdrehen und dann am Ende behaupten, dass sie gar nichts getan haben, um gerettet zu werden. Und weißt du was, wenn du buchstäblich sagst, dass du nie irgendetwas getan hast, um gerettet zu werden, mit anderen Worten, du hast nie an den Herrn Jesus Christus geglaubt, du hast nie seinen Namen angerufen, dann bist du ganz einfach nicht gerettet. So einfach ist das. Und es gibt wirklich Leute, die behaupten, ja, ich habe gar nichts getan, sonst könnte ich mich ja rühmen. Und das ist keine Demut, das ist falsche Demut. Das ist geheuchelte Demut. Denn es ist das exakte Gegenteil dessen, was die Bibel sagt. Die Bibel ist eindeutig, dass du glauben musst, an den Herrn Jesus Christus, um gerettet zu werden. Es ist schwer oder einfach. Es ist super einfach. Warum? Weil Jesus den harten Teil getan hat. Jesus hat das Schwierige getan. Du musst einfach nur ihm zum 100% Vertrauen, das ist natürlich demütigend. Dass du eben sagst, ich kann nichts für meine Rettung tun. Ich kann nur das Geschenk annehmen. Wie nehmen wir das Geschenk an durch den Glauben? Wie kann also das Mittel, durch das wir das Geschenk annehmen, auch das Geschenk sein? Das macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Und es ist überhaupt gar kein Wunder, dass kalvinistische Irrlehrer behaupten, dass sie ja gar nichts tun können, um gerettet zu werden. Ach, wir sind so demütig. Wir sind so demütig. Sind dieselben Leute, die lehren, dass du gute Werke haben musst, um wirklich gerettet zu sein? Ist natürlich völlig widersprüchlich. Thema Lordship Salvation. Dazu werde ich ein Video verlinken unten in der Beschreibung. Aber es ist kein Wunder, dass diese Leute das behaupten, dass sie ja gar nichts tun können, dass auch der Glaube ein Geschenk ist. Denn diese Leute glauben selbst nicht. Und damit meine ich jetzt nicht jeden einzelnen Kalvinisten. Denn es gibt Leute, die sich als Kalvinisten bezeichnen, aber nicht hardcore wirklich jeder einzelnen Lehre des Kalvinismus folgen. Aber Wölfe im Schafspelz wie John MacArthur, John Piper, diese Leute sind buchstäbliche Verworfene. Ja, sie können tatsächlich nicht glauben. Ist es da ein Wunder, dass sie diese Lehre haben, dass sie gar nicht glauben können? Denn sie können tatsächlich nicht glauben. Sie lernen immerzu, aber werden doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist, was die Bibel über verworfene Irrlehrer sagt. Dazu gehören John Piper, John MacArthur. Und wie sie alle heißen, halte dich fern von diesen schwachsinnigen Lehren, die einfach schlau klingen. Sie kommen mit all diesen griechischen Wörtern daher. Und weißt du was, ich brauche keine griechischen Wörter, obwohl ich selbst Griechisch kann. Ich brauche aber keine griechischen Wörter, wenn ich einfach die richtige Übersetzung im Deutschen lesen kann. Macht die Sache viel einfacher. Aber sie wollen einfach schlau klingen durch griechische Wörter. Sie wollen schlau klingen durch all diese akademischen Artikel. Und weißt du was, das Evangelium ist einfach. Du musst nicht irgendeinen akademischen Artikel lesen, um Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9 richtig zu verstehen. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wie einfach ist es, gerettet zu werden? Du musst einfach an Jesus Christus glauben. Dein Vertrauen auf ihn setzen. Herr Jesus, ich will dieses Geschenk haben. Bitte gib es mir. Und du bist gerettet. Herzlichen Dank. Sie�ten nicht. Untertitelung des ZDF, 2020